ja herzlich willkommen zu dem bereits angefangenen angepüffelten spiel zwischen innsbruck und der admira in der dritten runde mit dabei ist wieder unser fangnehmer natürlich grüß euch ja wir haben uns ein bisschen verzettelt mit vorab infos ja die admira hat sich ein bisschen umgestellt hat sich jetzt ein bisschen informations mäßig verändert es bleibt zwar noch die dreierkette hinten aber das ganze rück bisschen defensiver das mittelfeld auf den seiten da hat schon mal hinter sie der ex innsbrucker ja ja Ja, Diodmira am letzten Platz. Die Innsbrucker auf Rang 6, aber eigentlich Punkte gleich bis Rang, weiß ich wo. Oh, danke. Oh, das war nichts. Da kann ich Danke sagen. Es war ein. Schön gehalten. Ich höre dich wieder leiser. Siehst du, aber das verstehe ich nicht. Ich ändere nichts, aber einmal ist leiser, einmal lauter. Ja, ich verstehe es auch nicht, weil ich dich nicht verstehe. Ich verstehe es aber nicht. Ich verstehe es auch nicht. Öffentlich lustig machen, das ist ja Wahnsinn. Oh, schade. Ja, ganz Arsch. Oh, es war ein ganz Arsch von dir. Aber hatte ich mir sowas nicht eigentlich... Nein, eigentlich selbst reinkaut. War aber so geplant, war so geplant. Das war so geplant, dass er sich selbst reinhaut. Nein, aber dass ich mit dem hinkomme, mit meinem Spieler. Ja, das... Oh, Wano, du bist uhrleise. Leute... Aber ich weiß nicht warum. Ihr Ending versteht man nicht kaum. Ich habe nichts geändert. Ich verstehe den Grund einfach nicht. Ich höre dich jetzt wirklich urschlecht. Ja, Leute, falls ihr hören wollt, was Ending hier in diesem Spiel zu sagen hat, müsst ihr auf sein Let's Play schauen. Nein, werdet ihr nichts hören. Ja, ist das die Verbindung, oder ist das... Weiß ich nicht jetzt, oder... Ist es wirklich so leise? Keine Ahnung. Ich bin echt überfragt, jetzt wirklich, weil... Jetzt habe ich lauter gemacht und... Sehr schön. Aber leider nicht durchgesetzt. Oida. Ouh. Fehlabsprache. Oida. Das nutzt natürlich jetzt Mira gleich ganz gut. Nein. Oida, also... Also, das ist aber auch eine Frechheit eigentlich, oder? Das... Oh, jetzt höre ich dich noch leiser. Das ist klar, Elfer. Gewissen. Oh mein Gott. Also, das... So, bitte in der Pause etwas mit den Verbindungsproblemen machen. Ich glaube, da sie nach mir, weil sie in der Südstadt so schlecht sind, haben sie schon ein bisschen an der Tonqualität abgebaut. Irgendwoher müssen sie ihr dann das Budget auftreiben. Wir spielen in Innsbruck, ja. So fängt es einmal an. Entschuldigung. Fehl. Und jetzt trau dich was über Innsbruck zu sagen. Ähm, ja, sie sind eh gut wieder da, zumindest in unserer Bundesliga. Na, das war... Also, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das war ein klarer Elfmeter eigentlich, oder? Das war ein klarer Elfmeter. Also, das setzt jetzt irgendwie anders auf? Nein. Alles gleich. Nichts verändert. Nicht einmal berührt. Nichts verändert. Alter, was wird da jetzt? Keine Ahnung, aber ich find's gut. Der Typ legt den Ball her und dann spret der Schiri, normalerweise muss es umgekehrt sein. Der kann freistößen, das ist der zweite Stange. Aber ich hab in die andere Richtung gedrückt, dass du schießen sollst, du Trottl. Ja, hinter sich Erwin nicht treffen, gegen seinen Ex-Ex-Ex-Klub. Ex-Ex-Ex-Klub, oder? Schade, da war Platz gewesen. Fisch-Midi! Boah! Ja, denke ich mir auch. Also das ist der gelbe. Und das ist der nächste eigentlich. Ah, die mache ihre Chance jetzt nicht, das erinnert mich. Ja, aber Mira übernimmt ein bisschen in Hälfte 2. Ja, Abseits oder nicht? Ja. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Gibt auch den nächsten Wechsel dazu. Ja, Innsbruck würde sich auf jeden Fall mit dem Sieg derzeit an Rang 1 stellen. Wenn es hier so bleibt, natürlich. Ja. Sollte die Admiere gewinnen, würden sie sich an Rang 9 vorbeischmuggeln. Ein Punkt wäre Platz 9 ungefähr. Aber soweit müsste sie erstmal kommen. Sehr schön. Nein! Trottel, leider. Keine Katze, Türke! Biene Türke! Alter, Sorder! Zu weit? Alter, jetzt hat er die Kamera nicht umgeschaltet. Oh, schönfischer! starke weggespitzen noch schön starke spielte seine schnelligkeit aus oh mein gott jacoulis gut auch minute 69 wird notiert sehr sehr ja ab mir endlich bisschen zum spielen angefangen es war ja voll 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 ja tot was geil wäre so wie in NHL dieser fight modus ah tot ja stark starke ja muss auch geben gefällt mir gefällt mir hat mir nimmt das spiel in die an auch zu weit habe ich jetzt noch einen wechsel frei denn hier habe ich gut dann werden wir doch wieder ein bisschen offensiver so wie es gehabt jetzt die burschen ja 14 minuten hat mir noch zeit vielleicht ihren ersten punkt zu sichern schon fast habe ich mir fast das war schon ja dolberg macht setzt den deckel drauf unverdient aber doch gemacht jetzt ärgerlich für die mir natürlich die hier wirklich eine gute zweite halbzeit absolviert haben ja und da rennt gar keiner mehr noch vor mir was da jetzt los oh das gibt es einfach nicht da kann ich dann ihre bleibt ihren letzten platz treu verliert auch dieses spiel mit 2 zu 0 somit steigt innsbruck derzeit an tabellen rang 1 wie sind jetzt die highlights von einem leisen ending ich weiß nicht warum kann ich echt nicht sagen sagt so nackst ja du bist lauter echt mit innsbruck tabellen erst aber das ändert sich sicher noch oder warte nein das ändert sich nicht weil es ist ein keller durch das sind runde dreier mal erster runde viel kann sich vielleicht ändern das war ein bisschen unglücklich aber das war echt so gewollt dass ich dass der den krieg den ball naja das war aber klar aber es war halt unglücklich dass der google den so abfascht hat für mich ja wenn er den fügel fängt oder in die andere richtung abwärts du warst auch einmal da Ja, wir haben hier quasi ein stummes Highlight, das merke ich dir gerade. Ja. Ja, bis der Innsbruck hat er wirklich sehr hart. Ja, der 1.1m, das war an den Hader ich in der 1. Halbzeit. Klarer, das war klar rot gewesen, ohne Ballkontakt. Ja, Dolberg dann schon ein schöner Konter. Na gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann noch dran. Ciao. Ciao und Baba. Ciao.